Hallo Leute, Osternhorst mal wieder hier und heute mal wieder ein extrem geiles Ding vorzustellen und zwar von Medford, der Praetorian Thai, Theodor Ida. Und dieses Thai, das beschreibt die Oberklasse bei Medford. Und von den Dimensionen her, absolute Dicke, absolute Massivität, dicker geht's nicht. Wir haben hier ein Full-Sized Praetorian, kann man sagen, genauso wie der Thai, was ich eh schon Videos darüber gemacht habe. Auch Torturtests, könnt ihr mal anschauen, ich blende da mal so ein, wenn ich das schaffe. Gleiche Länge, wie man hier sieht, wenn man es umdreht, dann sieht man Unterschiede in Sachen Clip. Das heißt, das ist der Thai-Clip, wo ihr mal sowas irgendwo seht oder kaufen wollt. Und das ist der T-Clip, da gibt es aber noch einen anderen, der schmäler ist. Sonst, im Prinzip alles gleich. Das oder die Klinge haben wir auch hier, vielleicht ein guter Vergleich. Drop-Point-Klinge im Vergleich zu Tanto-Stil. Ja, wenn wir das Ganze jetzt aber so drehen. Es kommt auf der Kamera gar nicht so rüber, glaubt man es, was das für ein massives Viech ist, dieser Thai, gegenüber dem normalen Praetorian Thi. Der wirkt da schon fast zierlich. Das ist jetzt im Prinzip eines meiner kleinen Tragemesser dadurch. Aber gut, ich habe lieber die großen Dinge. Wir haben Klingendicke, nämlich hier von 7 mm. Ihm tun wir es nicht mit Kommastellen, aber dumm. 7 mm und hier 5 mm. Was auch schon sehr dick ist. Aber 7 mm machen ordentlich was her. In Sachen Schnittfreudigkeit werden wir aber nachher gleich sehen, bei beiden überhaupt kein Problem, da wir, wie zum Beispiel bei der Tanto-Klinge, hier einen Hohlschliff haben, wie man hier sieht. Und vorne, beim Tanto-Klinge, bei der Spitze, haben wir einen Flachschliff. Auf diese Weise viel Material an der Spitze. Natürlich auch scharf, aber hier natürlich mit dem Hohlschliff noch bessere Slicing-Eigenschaften. Geiles Ding, der Tee auf jeden Fall. Ultra geiles Ding, der Thai. Auf jeden Fall. Hier bei dem Drop-Point, nur, dass ich das nochmal erwähne, geht dieser Hohlschliff durch, bis ganz nach oben. Auf diese Weise natürlich extrem gute Slicing-Eigenschaften über die ganze Klinge verteilt. Ja, bei manchen sagen immer, so ein dickes Messer, so eine dicke Klinge kann ich gar nicht schneiden. Also, so, dann müssen wir. Hier mal. Ohne Widerstand Papier schneiden, aber das ist ja schon fast langweilig. Machen wir wieder meinen Papiertest. Also, ich weiß nicht, ob du den möchtest, den Papiertest, aber ich mache den bei Messern oft, wenn ich wissen will, ob die Klinge gute Slicing-Eigenschaften aufweist, also ins Material sich reinarbeitet. Da fahre ich das Papier einfach so oft zusammen, wie ich es schaffe. Also, das wäre schon schön. Und dann, schauen wir mal, wie das reinfährt. Kein Widerstand. Mir gefällt das. Ja, vom Stahl her, falls du dich noch mal interessiert, hier der S35, das S, das ist die S35V-Einklinge. Hier zum Beispiel auf diesem Thiel haben wir einen 9er draufstehen. Das werdet ihr ja nicht so oft sehen. Nämlich der S90V-Stahl. Das ist schon geil. Sonst ist das Dora manchmal oben, also ein D. Das natürlich auch. Guter Stahl. CPM-D2-Stahl. Kein normaler, billiger D2. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt, bei den anderen Medford-Videos, dass das kein KINA-D2 ist, sondern ein eigentlich relativ guter. Und ich habe noch nie Probleme damit gehabt. Hier das Messer eigentlich fast eingelaufen. Also es geht schon nicht so schlecht. Wird aber noch leichter gehen, weil sich diese Phosphor-Bronze-Washers da drinnen, ich glaube vier oder drei auf jeder Seite, je nach Modell, erst einlaufen müssen. Die polieren sich und das Messer ist dann einfach komplett solide, es wackelt nichts und hat einen extrem geilen hydraulischen Action. Bei dem, glaube ich, ist schon ziemlich eingelaufen alles. Auch wenn man hier sieht, die Klinge fällt nicht runter bei Medford-Videos, sondern sie gleitet im Prinzip so Chris Rief ähnlich eigentlich besser. Entschuldigen, Chris. Gleitet die Klinge rauf und runter. Weil sich das Ganze eben wirklich anpasst durch diese Break-In-Phase, die lästig ist für manche, weil das Messer einfach streng geht in der Break-In-Phase. Aber nach ein paar hundert Mal auf und zu machen, hast du den geilsten Action, den du mit deinem Messer je gehabt hast. Geschmacks-abhängig natürlich. Jo. Sonst bin ich ziemlich begeistert von dem Ding wieder einmal. Aber sonst fällt mir nichts dazu ein. Dann, hoppala, geht. Ah, geht eh. Ist noch ein bisschen schwergängig, aber macht ja nichts. Dann weiß ich, was du noch was mal wieder. Datsabonieren des ganzen Zeugs. Wenn du willst, wenn nicht, dann datsache ich es nicht. Versäulen sie etwas. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und ciao.